Yo, was geht ab und willkommen zu einem neuen kleinen, klitzekleinen Reaktionsvideo zu Pokémon Sonne und Mond. Ich hab die letzten beiden Reaktionen so ein bisschen verschludert, beziehungsweise hatte nicht wirklich viel Zeit dazu gehabt. Deswegen an der Stelle sorry, wir werden das auf jeden Fall noch irgendwie nachholen oder im nächsten Video, was jetzt nach dem Video hier kommt, werdet ihr noch ein anderes Video sehen, aber das seht ihr dann, wenn es dann hochgeladen wurde, werden wir es auf jeden Fall nachholen. Aber wir werden uns heute dem neuesten Trailer widmen mit wieder sechs neuen Pokémon. Es ist unglaublich, sechs neue Pokémon und ein Update zu Pokémon Global Link. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns das doch mal einfach an. Ich hab mir jetzt einfach auch mal den Tab hier oben geöffnet und hab mir auch schon mal den Trailer aufgemacht, damit ich jetzt auch nicht zu sehr vom Thumbnail gespoilert werde. Und hier steht, der neue Trailer enthüllt sechs neue Pokémon und Update für Pokémon Global Link. Der Trailer zeigt sechs neue Pokémon, wir wissen es mittlerweile, deren Typen und Fähigkeiten. Hinzu kommt die Ankündigung, dass der Pokémon Global Link Dienst für XY, Omega Rubin sowie Alpha Saphir demnächst eingestellt wird, weil es sich extrem blöd finde, weil der, ähm, ich weiß nicht, das ist wie damals mit Pokémon Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß 2, wo die dann einfach gesagt haben, okay, wir stellen das jetzt für XY ein, weil wir brauchen die Dream World nicht mehr. Finde ich ein bisschen scheiße an der Stelle, aber gut, die werden schon, denke ich, wissen, was sie damit bezwecken. Äh, dafür wird man dann mit Pokémon Sonne und Mond neue Funktionen des Pokémon Global Links nutzen können. Auch wird es dann die neue Funktion des Super Spezialtrainings geben. Okay, ähm, Super Spezialtraining. Alles klar, ich würde sagen, äh, wir machen mal den Trailer hier groß. Das ist diesmal auch nicht der japanische Trailer. Heißt, es dürfte nicht irgendwie von Pokémon gesperrt werden. Ich hoffe es. Und, naja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Hallo, Pikachu! Was ist das für eine Musik? Okay. Okay, was ist das? Was ist das? Reißlaus! Eine kleine Blatt... Eine kleine Laus! Käfer Wasser! Kugel, das ist was wie... Oh, warte, was war das? Was war das? So was, Käfer Trotz? Ich glaube, das war Käfer Trotz. Okay. Reißlaus... Reißaus von Reißlaus. Dieses Wortspiel. Frobo... Froboll. Froboll mit Flora-Schild und Dösigkeit. Ah, wie süß! Es macht... Es ist... Magically... Zauberwert. Was ist das denn? Kuh... Kuhre... Kuhrelei. Okay. Ein Feen-Pokémon mit Blütenhülle und Heilbande. Oh, das passt... Zum Flabby-Bee. Okay. War das Genesung? Ein Pferd! Pampros! Yo! Ein Feen-Boden-Pokémon mit Tempomacher und Zähigkeit. Yo! Das gefällt mir! Ein Pferde-Pokémon. Das ist cool. Wie bulky das ist! Zähigkeit. Verteidigung steigt! Yo! Einfach mit den Hufen! Minikna! Ah, das ist dein Minikyu. Das ist der deutsche Name dann. Kostümspuk. Aha. Okay. Okay. Kostümspuk. Hat die Attacke absorbiert? Was? Die Tarmu ist aufge... What? Die Tarmu ist aufge... Kostruso. Das ist normal Kampf-Pokémon mit Flauschigkeit und Tollpatsch. Guckt euch mal an, wie riesig der ist! What? Ach, scheiße. Veranstalte dein... Warte mal, ich muss doch mal eben stoppen. Veranstalte deine eigenen Pokémon-Turniere über Pokémon Global League. Yo! Wie geil! Super-Training. Spezial-Training. Yo! Oh, man kann sehen, wie viel... Kann man sehen, wie viel EVs man verte... Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Das ist zu viel. Ne. Das ist eindeutig zu viel für mich. Ne. Ne. Auf.